Jo Leute, was geht ab, willkommen zur zweiten Folge Terraria, ähm, letzten Fall sind wir hier, haben wir hier aufgehört an der Stelle, und wir sagen, wir machen einfach mal direkt weiter, zack, zack, ah genau, an den Idealen kann man sich nicht festhalten, aber gerade aus den Idealen, ähm, auch, oh Gott, oh, natürlich, äh, auch, Seile machen, quasi, genau so war das, oh Gott, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was, doch, ähm, ich wollte, ja, bevor ich nach Hause gehe, okay, das ist jetzt, ziemliche Scheißwetter auf einmal, aber egal, ich wollte hier noch rechts weiterlaufen, weil, ich wollte das nächste Video mal sehen, oh Gott, oh Gott, also, deswegen finde ich nachgemacht, weil diese, Steuerung von den Schwertern, das ist echt weird, hier mal weiter, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ziemlich schlimm hier, ey, ähm, hier ist noch eine Höhle, da gehen wir mal rein, ah, da ist es, Biom, das ist das, wo wir da den zweiten Boss machen müssen, ja, müssen, ja schon, hier die kiste ist der boomerang drin ab nö aber granaten nehme ich auch und wurfmesser diesen wurf wurfmesser sind geil dann rückruf krank damit kann ich mich nach hause teleporten vor Ort nimm ich direkt rein und die Kiste baut ab, die ist immer gut die mag ich nicht sortieren weil dann kann man nicht gerne mit ausortieren genau so schon besser ich würde direkt eine granate aus gegen den oh ok stimmt wurfmesser? wurfmesser sind geil die sind dann auch für den fürs große Auge für den ersten Boss sehr effektiv weil der hat ich erst war schnell aber ziemlich groß ok da unten ist ein Fisch also eine Qualle ja hier ok in das Gebiet geht noch raus weil da kommen gleich Viecher irgendwelcher das heißt da gehen wir auch nicht weiter so zack 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 dann ist mal ab raus hier aber so haben wir übrigens einen rückruftränker jetzt sehe ich gleich mal in den Start und ums Born und ums Born ziemlich praktisch soll ich mal gucken konnte man trank der rückkehr genau das macht ein Port keiner wieder zu wollen Sternstumpen eine Woche nun Halsbrauch genau Steinbock ok das ist neu glaube ich die Steinbock sachen ich will auf jeden Fall haben weil ich bin ja Sternstumpen Steinbock weiß bestimmt keiner ok die sind fertig fertig weiß ich nicht mehr da gehen wir nach links weiter an der Höhle vorbei wo ich glaube da war dann das Wüstengebiet das sind erste hier ne ja kommen wir uns gleich drum zack wieder hoch zack 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 genau das ist ein Wüstengebiet ok wenn wir Glück haben haben wir eine Pyramide olooten können dann haben wir aber echt Glück weil ich glaube diesen relativ selten und Kaktus brauchen wir dann können wir nämlich Kaktusrüstung machen ein Kaktusschwerter zack zack okay ich dachte man kann die Ohren nicht weiterwerfen weil der Geier der ist strong Ok der war meins ich hab nichts gesagt das hat den komplett weggefetzt alter das genau Isak das ist der Händler der hat in so einen zweiten Raum eingezogen hier genau im zweiten Raum da da können wir dann gleich mal Sachen klopfen aber erstmal und Kaktusrüstung aber die ist starr dann kommt es auch gleiche äh Kaktusspülsacke Schwert und Axt und so alles ne ihr kennt das ja ich nehme mal alle mit weil ich glaube man braucht die echt nur für die Startsache wir gehen immer noch mal eine Granate runter hat geklappt die Granaten sind geil ob es in der Picke geht aber gegen nicht ok da kommen sie ein bisschen mehr also und Fisch kann man auch in dem Spiel ähm brauchen wir glaube ich auch für den Boss ähm ja das Spiel hat echt sehr viel mit Bossen zu tun auf jeden Fall ich will ja kurz erst was keine Anwurf messern ja wir können ihn nicht weit werfen weil er guckt zack die fallen runter also auf jeden Fall echt praktisch sonst keine fliegende Gegner wo man mit dem Schwert halt nicht rankommt ich hab jetzt was geguckt aber es geht noch da kann man auch fischen aber ich glaube das liegt super viel tief ich bin ja ganz leid am überlegen aber ich glaube ich geh so halt aufs Schwerter doch wo ich eigentlich gesagt hab ich das nicht mag aber ne sonst fällt mir grad nicht ein was ich nehmen könnte weil klar im Fernkampf gefällt mir nicht also halt mit Bogen so gefällt mir nicht ne mag ich nicht ich bin wie sie mein Fall Beschwörer auch nicht so also mal gucken ich kann was ich finde welchen Loot ich wie benutze ok jetzt ganz wie oben auf beiden Seiten stimmt ich hab ja die Welt auf dem Mittel eingestellt ich glaube es sind nur genug Kaktusse ja die Dinger äh ich hab das sind genau hier ist recht gut oh ich hasse dich tot oh geh mal zurück und bauen die neue Rüstung das ist ja plan tot ich hab auch noch 218 das ist auch gut auf jeden Fall ja mal gucken auf French in die Höhle darf ich jetzt immer nicht verder gehen sondern erstmal Rüstung irgendwas besonders müssen die Bäume doch haben ich könnte aber nur cool aussehen ja das geht akzeptiert nicht das geht ich bin das geht ich bin das geht ich bin auf es geht die erste materie gespielt war aus dem skybase gebaut aber komplett von wird vorgestellt sterbe gar nichts weißt du ist die spitzkarte spiel spitzhacker auch für axt ist näher zu meinen eigenen axt machen wir uns mal ein paar paar sachen haben muss das wichtig super wichtig so wird das auf jeden fall besser du hast sogar verletzten drauf ja noch plus 12 schaden das ist geil was haben wir auch durch unsere feste plus 14 schaden das ist schon ich konnte die Sachen verkaufen genau verkaufspreis hier ich bin aber die brauchen wir nicht erst mal muss kaufen z tränke sind wichtig das reicht mir erstmal irgendetwas wollte ich machen testen ob das hier auch als pk zählt das ist ziemlich lange mir sehen ok doch nicht eingewildet vergessen bau ich krieg mal was nehm ich brauche hier ein loch runter das ist ein lagersystem unter dem haus das ist der plan das ist der plan so ich kann rüber gehen und wenn man dann shift drückt drückt führt man durch es war denn das es genau es dann kann man bestimmen wann man runter geht und wann nicht das ist ziemlich praktisch mit dem bereich das ist halt wenn es nacht ist und regnet es kreis mies kann man nicht so machen Ich kann den Hammer, hier guck, mit dem Hammer kann ich jetzt die, den Erdchen der Welt hier entfernen. Das muss ich tatsächlich auch, weil ich hier dann einen anderen Hintergrund reinmachen muss. Weil das sonst nicht als Haus zählt. Ich muss kurz, das ist... Ich gehe ausdrucken, ich muss das auch bekehren. Weil wir brauchen die Linsen. Aber ich treffe gar nichts. Da hat es keine Linsen gedroppt, ist auch nur eine gewisse Chance zu geben. Wenn ich gerade aufnehmen, ist Luca auch immer aufnehmen mit seinem Projekt. Wenn wir uns gerade... Obwohl wir bei der Zeit haben, nehmen wir die Single-Fair-Beutel auf. Aber wir haben auch schon einen... Ich bin in die Folge gesehen, ist... ... noch nicht... ... beides. Und wir haben auf jeden Fall einmal World of Warships und einmal Iron Slade aufgenommen. ... werdet ihr dann auf dem Kanal... ... heute bleibt im Nächsten sehen. Ich weiß gar nicht mehr... ... wenn man ein Video hochgeladen... ... heute lade ich auf jeden Fall... ... wenn ihr die zweite Folge seht... ... wurde gestern Folge 1 von Terraria und wurde auf Warships hochgeladen. Ich muss hier mal Wände bauen... ... ich sollte hier jetzt immer... ... das ist... ... in den Ordnung... ... außer was eigentlich... ... zwischenspielen... ... dafür brauche ich mal Steigenwände von unten... ... finde ich schicker... ... nicht alle... ... den Frauz... ... da habe ich ja... ... weil ich mit diesen Bänden... ... wenn man zu dunkel ist... ... auch... ... vielleicht wollte ich ja noch... ... ups... ... jetzt wird das... ... wenn man das vielleicht nicht... ... damit kann man nicht so besonders viel machen... und das beste raus das ist ein Hintchen brauche ich mal neue Bäume wieder an auf jeden Fall ziemlich wichtig ohne Bäume kein Holz ohne Holz das funktioniert nicht wie Minecraft das geht nicht ohne das ist ein kleiner das brauche ich nicht ganz wieder runter und wir können jetzt weiter mit den steckern Slimes aufnehmen durch Schwerd und Flüstung genau in diesem Seil stehen und dann weh alle kommt runter zu mir aber das nehme ich auch nicht mehr genau und Zombies können diese Fesseln dropen jetzt jetzt alles schaffte ich das wenn ich angreifft das tut die Damage weil ich ein Kaktus bin weil ich piekse jetzt bin ich ein bisschen da muss mich lange warten bis man hier so ich möchte ich sterbe ich jetzt in den Punkt 3 aber das ist ein Schwer schlagen ja das überlebe ich nicht ne 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 kein Schwerdschatz schade kann ich nix machen ja und man darf ich muss aufpassen dass man wenn man stirbt hinterlässt das ein Grabstein wenn man zu viele Grabsteine an einem Ort sind kommt ein Friedhof und ist dann quasi wie so ein Zombie überhängt das ist richtig scheiße wenn man das hat ich glaube die Wurfen ich bin blöd ich hab's immer gespürt fokussiert ich geh mal zurück das ganze Gewitter ne aber also Folge 1 hatten wir auch glaube ich schon Gewitter ne der hat mir nur Regen das ist schlimm das ist nicht normal Kinder wollen machen wir ein bisschen mehr und Zukunft auch so 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 haben wir dann Holzklappen so 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 das war schon wieder ein erst so um diesmal das sind das für ein zombie gehen durch den Klapp auf den Gegner zuletzt machen genau hier das erhöht die Mahlerdauer das will ich aber nicht machen weil ich glaube hinter dem Biom kommen dann so riesige Bäume und in dem Baum ist eine Kiste und ich glaube da nimmt man den Bumarang die Mine da unten und in dem Bereich wo wir noch nicht waren damit wenigstens die Folge was schaffen kann ich nur Gold machen genau hier links da bei dem Wetter kann man irgendwas machen was da auch gut drin sein einfach ist aktuell in meinem Zimmer aber ist eine andere oh Gott das ist eine andere Sache ich bin jetzt brauchen wir nicht immer okay hier ich glaube hier geht es dann auch weiter tiefer allgemein ja ja hier waren wir genau auch hier das sind die sind die sind die sind die sind ziemlich wichtig dann ist da noch vier Wolfe das will ich haben das will ich ziemlich haben Ich baue mich runter, ich will den Wolfram haben. Ok, und das muss man auf der Mensch bekommt. Der Wolfram ist echt geil und man könnte eine gute Rüstung draus machen. Und eine gute Bergzeuge. Vorhin nehmen nehme ich. Kupfer geht auch immer. Was ist mir eigentlich so? Ok, nicht nur was. Nur Kupfer und Wolfram. Ja, es war irgendwie auch ein geiles Spiel. Ich habe gerade so ein 2D-Spiel. Das ist richtig für dich. Da war ich Sidey Valley. Komm ich hier raus? Ohne Seil? Ja. Hier kann ich immer nicht landen. Ja. Kann ich hier rüberspringen? Oh, ja. Ist das eine Kiste? Ne. Ist aus wie eine Kiste. Ne, so nicht. Oh Gott, ich bin jetzt. Du gehst. Du gehst. Du gehst mir weg. Das ist Slimes. Gibt es das Lehm hier unter uns? Das will ich aber nicht. Das brauche ich glaube ich sogar. Den muss ich auch drin liegen. Das vergesse ich immer mitzunehmen. Die ganzen Vasen. Hier ist nochmal Blei. Und ich glaube da ist noch mehr Blei. Nehm ich auch mit Blei. Ja. Das hat auch Rüstungsmaterial. Und dafür. Werkzeug. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich bin gerade große Arter sogar. Zack. Zack. Das Blei hier. Aber jetzt geh ich mal ein bisschen weiter runter. Weil wir müssen ja auch irgendwie Fortschritt machen. Ne. Oh ja. Wichtig. Ähm. Wir haben jetzt. Einen Lootraum nächstes Mal gefunden. Ziemlich wichtig sogar. Ich schläge jetzt mal den Bereich hier rum aus. Geht aber nicht lang. Das ist ein geiler Trank. Jetzt geh doch ein Trank um und alle Erze im Bereich um sich sieht. Der ist ziemlich okay da dran. Okay. Hier ist ziemlich für Wolfram. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Was ist denn für ein Trank überhaupt? Bogenschieß. Feiertembo. Dembo. Dembo. Ich höre es mal hier hoch jetzt. Fürs Wolfram. Sein höher. Okay. So. So. Dann gehen wir jetzt mal looten. Ich hoffe, dass was gutes drin ist. Ja. Okay. Das ist gut. Ähm. Man kann schneller rennen und sogar noch mal plus 4 Schaden. Also. Nahkampfschaden haben wir gut geskillt bis jetzt. Würde ich mal. Nenn ich's machen. Man könnte das hier mal zeigen. Wie schnell er rennen kann. So. So. Das ist. Von Anfang an ist es mal schneller. Okay. Ich geh mal da nicht nach rechts, sondern nach links. Das ist wohl vom hier nehmen. Ja. Blei. Könnte es auch nicht mal. Wirken es mal besser. Unleichtiger. So. Ich gehöre für die Kommentare schreiben. Ähm. Wir. In Terraria finden allgemein die Idee. das als Let's Play zu machen. Ich hab's gedacht so. So. Minecraft Let's Play. Das sieht man zu oft. So. Story Modus. Wie. Lukas als Let's Play macht. Ich finde allgemein. So. Gänstens nicht so. Meins. Ich hab's mal. Man ist in Galerie geguckt. Also Bibliothek. Und. Gesehen. Hm. Stimmt. Es gab ein Spiel, das Terraria hieß. Hast du auch ganz gut gespielt. Felix. Das doch. Oh. Ich hab's gemacht, ne. Mal sein mal. Ich muss kurz. Alles. Die gehen immer so mies nach unten. Ähm. Fand ich halt wieder. Ich hab's eine ganz kelle Idee. Und. Ja. So kam's. Das ganze Play kann man mal abbauen, wenn man es wirklich brauchen. Also jetzt aktuell nicht. Hast du musst du besonders da drin? Nö. Ich trau mich eigentlich. Äh. Okay, man kriegt trotz Wasser Damage. Okay, das hab ich vergessen. Ah ja, das. Ich erinnere mich dunkel, dass das so war. Oh, hier. Herzen. Ähm. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Kein auch? Kein auch. Kunne ich das hier mal? Oh. Oh. Falle, Digga. Höchst du dir? Ich krieg's. Aber was vergiftet da? techniker aus sehr viel machen die betrifft so alles oder das thema und so alles nicht besonders viel jetzt mal geschaffen ja gut das ist geil und da muss auch noch mal was das nehmen wir auf mit klein nehmen wir das mit peinlich die nicht gesehen nach hause aber recht gut glaube ich kann man daran feiler das sind Prozent gemacht und mit ihnen Sternen die haben keinen und dort und machen mit das war es aber auch die Zinsen vollkommen praktisches bauen kann damit genau zwölf schaden das macht nur neun das wäre besser bogen weiß ich jetzt nicht ob ich um der hat er deutlich besser weil ich glaube ich eher sind z-bonus ich glaube ich kaufe erst rüstung wenn ich alles kaufen kann weil er kriegt man z-bonus hier ist der z-bonus halt dass man dass der eingreifen durch strach an der mensch kriegt und war das breite macht mit der mensch ist aber nicht so schnell ja das ist schwer kann das weg das hier hat plus 15 rückstoßen und ach okay das ist gut ziemlich gut so probiert und den modell und schafft uns das das ist doch das ist doch das ist geil ziemlich geil da kann das hier ein schaue schaue ja das war es so ja ich sage es war es noch mehr für die folge wo haben ganz gut geschafft und es wird in Zukunft auf jeden Fall auch auf diesen YouTube-Kanal ein Stream geben wo ich mal gucken wie lange einfach nur Quartal nicht kurz weil ich an der Story in Terraria sondern er gründen werde halt Erz so Holz sammeln uns alles der Stream mit auf dem Kanal bleiben wann der kommt weiß ich noch nicht ganz genau aber er kommt und ich würde sagen das war es dann die zweite Folge auf jeden Fall die erste Folge an die einer Projekte auf dem Kanal abonnieren like nicht vergessen ihr kennt das ganze Zeug und bis zum nächsten mal